Argon Balance – Einfach ganz leben Ulrike Scheuermann Self-Care – Du bist wertvoll Das Selbstfürsorgeprogramm Gelesen von der Autorin und Ulrike Hübschmann Es ist Zeit Die Leute posten Krokus-Fotos auf Facebook und sind fröhlich an diesem hellen Frühlingstag. Maria nicht. Seit bald einem Jahr arbeitet sie sieben Tage pro Woche mit so vielen Wochenstunden, dass sie es lieber nicht erzählt. Und niemand merkt, dass es ihr dabei schlecht geht. Nicht ihre Kolleginnen und Kunden, da funktioniert sie gut. Auch privat redet sie kaum noch darüber. Denn sie will nicht jammern. Wenn Sachen schief gehen, beschimpft sie sich selbst und nach unruhigen Nächten liegt sie ab 4 oder 5 Uhr morgens wach. An dem Frühlingsmorgen mit den Krokus-Fotos liest Maria in einem Zeitungsartikel morgendliches Früh-Früh-Erwachen sei ein Symptom von Depressionen. In diesem Moment fühlt sie ein inneres Aufrichten und sie weiß mit einem Mal, so wird sie nicht mehr weitermachen. Es geht jetzt nicht mehr um Durchhalten und Funktionieren. Es ist Zeit. Dein Weg zu dir selbst Wenn du wie Maria merkst, dass es Zeit ist, wieder – oder zum ersten Mal wirklich – für dich selbst zu sorgen, so ist es wohl kein Zufall, dass du mein Hörbuch hörst. Vielleicht wünschst du dir neue Impulse für ein starkes, gesundes Leben mit stabilem Selbstwert. Und du merkst, dass bei dir etwas nicht mehr in Balance ist, möglicherweise sogar schon seit längerem? Fühlst du dich zu oft erschöpft, überfordert, verausgabt, schon länger wie ausgebrannt, mit dem Gefühl, nur noch von einer Anforderung zum nächsten Stress zu rennen? Gehst du über deine Kraftgrenzen, immer wieder? Schläfst du regelmäßig weniger als 8, sogar nur 5 oder 6 Stunden? Vielleicht geht dir die Freude in deinem Leben und am Zusammensein mit anderen Menschen verloren und du vergisst über all dem, was du für andere tust, was du selbst brauchst, um erfüllt und mit voller Kraft zu leben. Nun, damit bist du wahrlich nicht allein. Maria steht für die unzähligen Menschen, die mir begegnen. Es sind Vielbeschäftigte und Hochleisterinnen, die etwas gestalten, erreichen und bewirken wollen. Sie sind anspruchsvoll, an erster Stelle mit sich selbst. Sie arbeiten und leben grundsätzlich mit Sinn und Zielen, sorgen auch für die Menschen um sich. Das klingt alles ganz gut, wenn nicht alles so viel wäre, wenn sie nicht so erschöpft wären, wenn sie doch mehr Zeit für sich hätten. Und da zeigt sich der Zusammenhang zwischen Selbstfürsorge und Selbstwert. Wir können lernen, besser für uns zu sorgen und uns daraus folgend wertvoller fühlen. Wenn du dir zum Beispiel Pausen gönnst, obwohl noch nicht alles erledigt ist, fühlst du deinen Wert plötzlich stärker. Und das geht ebenso umgekehrt. Denn Selbstfürsorge und Selbstwert sind Geschwister, die ihren Weg gemeinsam gehen. Wenn du dich wertvoll fühlst, bist du es dir wert, dich nicht zu überfordern und sorgsam mit dir zu sein. Wenn du dich selbst liebst, kannst du andere Menschen lieben. Wenn du deinen Wert fühlst, bist du verbunden und schaffst Wert für die Welt. In beiden Wegrichtungen stehst du für dich ein, stärkst deine Lebensenergie und erstrahlst immer mehr. Ich habe eine Vision für dich. Wie wäre es, emotional ausgeglichen und heller gestimmt durch den Tag zu gehen? So richtig gut ausgeschlafen nach ungefähr acht Stunden Schlaf. Dich wieder wichtiger zu nehmen und dir Zeit nur für dich selbst einzuräumen. Dich wohl in deinem Körper zu fühlen. Das Zusammensein mit anderen Menschen zu genießen und dich aufgehoben und angenommen zu fühlen. Wie wäre es auch während Durststrecken aus deinem Inneren neue Kraft zu schöpfen? Vielen Dank. K�ahne. Untertitelung des ZDF, 2020